Die Winterpause vom Kicker-Manager-Spiel in der dritten Liga geht bald zu Ende. Und ich habe mich nun mit den einzelnen Spielern sowie den Mannschaften beschäftigt, um euch die besten Schnäppchen herauszusuchen. In Teil 1 möchte ich euch gerne die kompletten Mannschaften vorstellen, mit den Spielern, von denen ich denke, dass sie interessant für euer Team sein können. Im zweiten Teil möchte ich euch dann die richtigen Schnäppchen vorstellen und im dritten Teil die Spieler, die man unbedingt in seinem Team haben sollte. Fangen wir an mit dem VfR Ahlen. Hier sind mir Spiele aufgefallen wie Welsmüller aus dem Mittelfeld sowie Mois. Diese sind natürlich sehr teuer und kosten um die 600.000 Euro, haben aber einen sehr guten Durchschnittswert. Geier genauso mit 600.000 sowie Breisinger mit nur 45.000. Aber auch Rehfeld und Vasilidis sehe ich als echtes Schnäppchen an. Rehfeld kostet nur 25.000 und hat einen Punktewert von 71 geholt bei einer Durchschnittsnote von 3,1. Vasilidis ist genauso günstig mit 25.000 aus dem Mittelfeld, hat 66 Punkte geholt mit einer Durchschnittsnote von 3,3 und hat in den letzten Spielen richtig gut agiert. Auch Schnellbacher ist nicht zu achten im Sturm mit 25.000. Er hat zwar eine Durchschnittsnote von 3,6, aber war in den letzten Spielen recht gut. Wenn er dies mit in die Rückrunde nehmen kann, könnte er an ihm recht viel Freude haben. Traut ist ein sehr günstiger Abwehrspieler, der nur 15.000 kostet. Er hat 58 Punkte eingespielt bei einer Durchschnittsnote von 3,1. Hier bei Ahlen sehe ich vor allem Traut als Schnäppchen sowie Vasilidis und Rehfeld. Kommen wir zu Werder Bremen, die zweite Mannschaft von Bremen. Hier habe ich nicht so viele Spieler für euch gefunden, aber vor allem Verlath, der kostet 35.000, hat 34 Punkte geholt, eine Durchschnittsnote von 3,5. Dies hört sich erstmal nicht gut an, aber auch er hat in den letzten Spielen richtig gut agiert und könnte seine Form eventuell mit in die Rückrunde nehmen. Als nächstes habe ich ein echtes Schnäppchen für euch. Toré aus dem Mittelfeld mit nur 15.000, 150.000, 65 Punkte geholt und eine Durchschnittsnote von 3,1. Diesen sehe ich da schon als Schnäppchen an. Kommen wir zum Chemnitzer FC. Hier sind mir drei Spiele aufgefallen, vor allem Frahn aus dem Sturm für 450.000, 84 Punkte mit einer Durchschnittsnote von 3,3. Grote mit 350.000, 57 Punkten und einer Durchschnittsnote von 3,1. Und dann noch Slavov, der nur 25.000 kostet, im Sturm spielt, 68 Punkte geholt hat, 250.000 meine ich natürlich, 68 Punkte geholt hat und eine Durchschnittsnote von 3,2 hatte. Bei Chemnitz ist er wohl das Schnäppchen. Nehmen wir Erfurt, die Rot-Weißen. Hier habe ich euch Möckel rausgesucht, für 25.000, 39 Punkte geholt, 250.000, 39 Punkte geholt und eine Durchschnittsnote von 3,2. Dazu noch Laurito und Menz. Wenn ich sie jetzt wieder finde. Laurito auf 25.000, eine Durchschnittsnote von 3,2. Und Menz haben wir wieder übersehen. Ja, ich finde ihn gerade gar nicht mehr. Wahrscheinlich hat er jetzt gewechselt in der Zwischenzeit, ich habe es nicht mitbekommen. Wo ist der Menz? Weg. Okay. Also, Erfurt als Anfällen letzter. Hier habe ich jetzt nicht wirklich die Schnäppchen gefunden. Und, ja, ich würde es euch nicht empfehlen. Als nächstes der Sonnenhof Groß Asbach. Hier sehe ich sehr viele gute Spiele. Zum einen Leist kostet allerdings 600.000 mit 76 Punkten und einer Durchschnittsnote von 3,1. Dann Hägele, 450.090 Punkte geholt mit einer Durchschnittsnote von 3,0. Dann den Sohm. Kostet auch 350.000 aus dem Mittelfeld. 38 Punkte mit einer 3,4. Ist jetzt auch nicht so der Hammer, aber er hat in den letzten Spielen recht gut gespielt. Kommen wir zu einem Schnäppchen. Ciao aus dem Sturm für 25.000, äh, 250.000, 90 Punkte geholt und einer Durchschnittsnote von 3,0. Also, das ist ein Spieler, der sich richtig lohnt. Auch Röttger kostet nur 250.000, hat 73 Punkte eingespielt bei einer Durchschnittsnote von 3,1. Also, diese beiden möchte ich euch ans Herz legen. Röttger und Ciao. Das sind die beiden Schnäppchen beim Sonnenhof. Die Spielvereinigung Unterhaching, Begalker natürlich, mit 450.116 Punkte geholt und einer Durchschnittsnote von 2,7. Also bei diesem Wert auf jeden Fall ein Schnäppchen. Und Hain aus dem Sturm, ähnlich, 450.112 Punkte geholt, einer Durchschnittsnote von 3,1. Also, das sind die beiden Top-Spieler bei Haching. Dann geht's ab zum Hallascher FC. Hier habe ich euch den kleinen Heisemann rausgesucht. 450.000, 63 Punkte, Durchschnittsnote 3,1. Dann den Giasula mit 35.000, äh, 350.000, 30 Punkten und 3,1. Eine Durchschnittsnote. Den Zenka aus dem Mittelfeld. Für nur 250.000, 46 Punkte und einer Durchschnittsnote von 3,2. Dann habe ich noch ein tolles Schnäppchen. Denn El Helwe aus dem Sturm für 150.000, bekommt er den, hat 51 Punkte geholt mit einer Durchschnittsnote von 3,4. Also, ihn würde ich als absolutes Schnäppchen bei alle ansehen. Kommen wir zur Carl Zeiss Jena. Hier habe ich euch fünf Spiele rausgesucht. Zum einen den Thiele aus dem Sturm für 350.000, mit 41 Punkten an einer Durchschnittsnote von 3,1. Den Starke aus dem Sturm, mit 350.000, 40 Punkte, 3,2. Den Eckart aus dem Mittelfeld für 250.000, 72 Punkte und einer Durchschnittsnote von 3,1. Dann das junge Talent, den Groß, aus der Abwehr für 250.000, 54 Punkte und einer Durchschnittsnote von 3,2. Sowie den Fünften, den Grösch, wo haben wir ihn, er müsste weiter oben stehen, hier, aufwärts 250.000 aus der Abwehr, 50 Punkte geholt bei einer Durchschnittsnote von 3,2. Dann kommen wir zum Karlsruher SC. Hier habe ich euch sieben Spiele rausgesucht und davon vier Schnäppchen. Den Gordon, ja, kennt jeder. Aus der Abwehr kostet allerdings 600.000, 51 Punkte, 3,3. Hat am Anfang nicht stark gespielt, daher ist die Spielernote sehr schlecht. Die Durchschnittsnote ist aber in letzter Zeit wieder stark am Kommen. Dann bei Pizot war es recht ähnlich. Er hat auch eine schlechte Durchschnittsnote, weil er am Anfang recht schwach war. Er hat in letzter Zeit aber stark gespielt, daher auch nur 53 Punkte für 450.000. Dann kommen wir aber zu einem richtigen Schnäppchen, und zwar den Herrn Vanitschek aus dem Mittelfeld. Er kostet nur 250.000, hat 71 Punkte geholt bei einer Durchschnittsnote von 2,9. Dann den Schleusener aus dem Sturm für 250.000, 49 Punkte geholt bei einer Durchschnittsnote von 3,5. War in letzter Zeit auch viel stärker, daher habe ich ihn aufgeführt. Jetzt wieder ein absolutes Schnäppchen, denn Marcel Mehlem kostet nur 150.000, 61 Punkte geholt bei einer Durchschnittsnote von 2,7. Dann habe ich für euch noch den Ganonglou, auch nur 150.000 aus der Abwehr, 42 Punkte geholt mit einer Durchschnittsnote von 3,3. Und den Muslia, der kostet sogar nur 50.000, 44 Punkte geholt mit einer Durchschnittsnote von 3,3. Also hier möchte ich euch als Schnäppchen den Vanitschek, den Marcel Mehlem, den Konoglou und den Musilia auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Die erst beiden genannten auf jeden Fall. Kommen wir zur Fortuna Köln. Ja. Hier Damiani ist klar, aber eigentlich sehr teuer. Genauso wie Menz, auch ein super Spieler, aber auch noch recht teuer. Ferrado Puldo, auch genauso teuer. Uaffero, schon günstiger, super Durchschnittsnote mit 2,7. Dann aber ein Schnäppchen mit Keter-Waul aus dem Sturm, 25.000, Durchschnittsnote 3,0, 106 Punkte. Sehr zu empfehlen. Dann habe ich euch hier noch rausgesucht den Kegel, auch 25.060 Punkte, Durchschnittsnote 3,2. Also nicht zu vergessen den Scheu. Ein absolutes Schnäppchen, 150.089 Punkte geholt bei einer Durchschnittsnote von 2,9. Also Keter-Waul und Scheu auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Interessant sind auch noch Ernst für 150.000, sowie Kessel für 150.000. Auch noch zwei Schnäppchen, über die man nachdenken kann. Dann die Sportfreunde aus Lotte. Hier gibt es ja den altbekannten Day für 45.000. Kein schlechter Spieler, eigentlich sehr gut, aber hat auch seinen Preis. Genau wie Vendell für 35.000, auch nicht zu vergessen. Straight, genauso ein interessanter Spieler auf der Abwehrposition. Aber hier habe ich noch ein super Schnäppchen für euch, den Oesterhillweg. Kostet nur 150.000, hat 68 Punkte geholt und eine Durchschnittsnote von 3,0. So, und jetzt zum Top-Favoriten der dritten Liga. Der 1. FC Magdeburg, der wahrscheinlich seinen Aufstieg durchziehen wird und nächstes Jahr wohl in der zweiten Liga spielen wird. Allen voran, Beck, natürlich sehr teuer. Ja, kann man haben, muss man nicht haben. Preisleistung ist hier nicht so das große. Türpilz, genauso 35.000, ja, hat eine sehr gute Durchschnittsnote. Aber 350.000 ist auch nicht gerade wenig. Hier möchte ich euch eher noch den Niemeyer empfehlen. Der Niemeyer kostet nur 250.000, hat 104 Punkte geholt und eine Durchschnittsnote von 2,9. Und natürlich den Düker aus dem Sturm für 250.000, 45 Punkte und eine Durchschnittsnote von 3,0. Und dann habe ich noch ein Schnäppchen aus dem Hause Magdeburg, und zwar den Roter. Kostet auch 250.000, 72 Punkte und eine Durchschnittsnote von 3,1. Also das sind jetzt drei günstige Spieler von Magdeburg, Niemeyer, Düker und Roter, die man sich leisten kann und die auf jeden Fall ihre Punkte holen werden. Kommen wir zu Meppen. Meppen, ja, wohl der bekannteste Stürmer ist Girt für 25.000, also 250.000, 107 Punkte und eine Durchschnittsnote von 2,9. Absolut zu empfehlen. Genauso wie natürlich Karnatowski für 250.000 mit 82 Punkten und einer Durchschnittsnote von 2,9. Sowie den Ballmatt aus dem Mittelfeld, der auch nur 150.000 kostet, 58 Punkte bereits geholt hat mit einer Durchschnittsnote von 3,0. So, dann die Preußen aus Münster. Ja, hier gibt es Rizzi bekannt, Rühle bekannt, Grimaldi, alles teure Spieler, die bestimmt ihre Punkte holen werden. Interessant auch auf jeden Fall Mai, eine Durchschnittsnote von 3,0 bei 350.000, aber kein richtiges Schnäppchen habe ich hier bei Preußen Münster gefunden, was sich lohnen würde zu kaufen. Dann eher beim VfL Osnabrück. Den Wachs für 250.000 mit 39 Punkten und einer Durchschnittsnote von 3,3 war in letzter Zeit auch recht gut. Dann auf jeden Fall den Klaas für nur 50.000 aus dem Mittelfeld, wird 35 Punkte geholt mit einer Durchschnittsnote von 2,8. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Genauso wie Ioa aus dem Sturm für 150.000, 40 Punkte bei einer Durchschnittsnote von 3,2. Genauso bei Rennecke auch sehr zu empfehlen als Schnäppchen. Und den Wachs hatte ich euch schon benannt. Und wer noch einen Stürmer braucht, kann noch den Alvarez nehmen. So, dann kommen wir zu den Paderbornern. Die Paderborner sollte man auch unbedingt in seinem Team haben, denn auch die werden bestimmt weiterhin oben mitspielen. Hier vor allem sollte man sich Spieler wie zum Beispiel Zolinski holen, wenn man ihn sich leisten kann bei 350.000. Er hat eine sehr gute Vorrunde gespielt. Ritter ist auf jeden Fall auch zu empfehlen. Denn Ritter hat sehr gute Spiele gemacht. Man sieht es bei seiner Durchschnittsnote von 2,5. Auf jeden Fall auch der Michel für 250.000. Sollte man auch drin haben. Sowie auch den Schollau. Also das sind vier Spieler von Paderborn, die ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen kann. Dann die Hansa-Kocke. Auch hier gibt es viele empfehlenswerte Spiele. Unter anderem den Hiesner für 250.000. Mit 69 Punkten. Der Eisele. Scherif natürlich für 150.000. Mit einer Durchschnittsnote von 2,7. Zwar nur bei 21 Punkten, aber ist auf jeden Fall zu empfehlen. So, und dann habe ich euch noch den Wo ist er? Den End-Safe rausgesucht. Hat auch eine Durchschnittsnote von 3,2 für 150.000. Also das sind Spieler von den Rostockern, die ich euch empfehlen kann. Den Rostockern traue ich noch sehr viel zu in der Rückrunde. Also sie werden mit Sicherheit noch oben angreifen. Also es wird noch ein interessantes Rennen. Ich denke mal, die Magdeburger werden es durchziehen, aber Platz 2 und 3 sind da noch recht offen. Kommen wir zu den Wehnern, die mit Sicherheit auch da oben stark mitspielen werden und um den Aufstieg mitkämpfen wollen. Hier vor allem nicht zu vergessen, den Schäffler, der 350.000 kostet, bereits 128 Punkte geholt hat. Genauso wie auf jeden Fall Mockenhaupt kostet das gleiche bei einer Durchschnittsnote von 2,8 und 106 Punkten. Auch nicht zu verachten sind Rupprecht sowie Antricht. Auch Breitkreuz kann man sich darüber Gedanken machen. Antricht nur 25.000 zum Beispiel. So, und dann haben wir noch die Würzburger. Denen traue ich vor allem sehr viel zu. Ich denke mal, die Würzburger sind sehr schlecht gestattet und haben dann jetzt aber einen Wahnsinns-Endspurt hingelegt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Würzburger noch der Geheimfavorit der Rückrunde sein werden und bestimmt, ja, sich noch in die Top 3 hineinspielen können. Hier sollte man vor allem daran denken, den Felix Müller in sein Team zu holen. Er kostet nur 250.000, hat 81 Punkte geholt bei einem Durchschnittswert von 3,0. Skalatidis hat auch die letzten Spiele sehr gut gespielt. Ist bestimmt auch nicht zu unterschätzen. Genauso wie Neumann, der allerdings dann schon wieder ein bisschen teurer ist. Taffertsdorfer sollte man auch nicht vergessen für 350.000. Also das sind Spieler, Würzburger, also wer noch ein bisschen was aufholen will und ein bisschen Risiko spielen will, sollte sich mal Gedanken über die Würzburger machen. Also ich denke, dass diese Spieler oder diese Mannschaft noch etliches in der Rückrunde erreichen wird. Und die letzte Mannschaft sind die Zwickauer. Hier möchte ich euch Spieler wie zum Beispiel den Wagner empfehlen. Für nur 50.000 28 Punkte hat er geholt bei einer Durchschnittsnote von 3,3. Der Schröder für 150.000 61 Punkte eine Durchschnittsnote von 3,0. So, und jetzt möchte ich euch noch ein paar Schnäppchen benennen, die man wahrscheinlich unbedingt in seinem Team haben sollte. Das sind von Ahlen zum Beispiel Facilidis, habe ich euch vorhin schon genannt. Von Großasbach ist es Tchau, also ein absoluter Top-Spieler für nur 250.000. Haching, natürlich Bigalke. Wer den im Team hat, wird immer wieder Freude an ihm haben, denn er wird seine Punkte auf jeden Fall holen. Dann Wannitschek von Karlsruhe und natürlich Marcel Mehlem vom KSC. Also das sind zwei Spieler, die sich auf jeden Fall lohnen, in sein Team zu holen. Bei den Kölnern ist es Cater Rule für 25.000, ein absolutes Schnäppchen, den man drin haben sollte, sowie auch den Scheu für 150.000. Dann möchte ich euch noch wärmstens, wie gesagt, den Niemeyer von Magdeburg sowie den Düker von Magdeburg empfehlen. Von Metten den Giertz sowie den Kranatowski und von Paddock Born den Srebreni sowie den Michel und den Schönlau. Alles Topspieler, die man unbedingt in seinem Team haben sollte, wenn man die Möglichkeit hat, diese zu holen. Bei Rostock habe ich den Hilsner als Topspieler rausgesucht, bei Wehen den Möckenhaupt sowie den Schäffler. Ja, und bei Würzburg, wie gesagt, vorhin den Felix Müller, den 12-14 Spieler, von denen man sich sozusagen Must-Have Spieler, wenn man die Möglichkeit hat, diese sich in sein Team hineinzuholen. Wenn ihr noch weitere Spieler wisst oder noch Spieler kennt, die man unbedingt im Team haben sollte, schreibt mir das so einfach unten in den Kommentaren, lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat und abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Bis bald!